Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine geehrten Geschwister. Die nächste Frage ist, ist es Sunnah, eine Katze zu haben? Ist es gut, wenn ich belohne, so eine Katze zu haben? Die Frage kam mir letztendlich sehr oft. Und subhanallah, ich kenne keinen Gelern, der gesagt hat, es ist Sunnah, eine Katze zu haben, subhanallah. Grundsätzlich, weil es auch keine gottesindische Handlung ist, keine Ibad ist. Abu Huraira hat das gemacht. Und Katzen zu haben, sie zu besitzen, sie zu haben, sie im Haus zu haben. Es ist kein Verbot, es ist eine erlaubte Sache, es ist Mubah, aber es ist keine Sunnah, es ist nichts, wo du belohnt wirst. Aber natürlich, wenn du gut zu den Tieren allgemein bist, darin haben wir Lohn. Allgemein zu allen Tieren gut zu sein, darin haben wir Lohn im Islam, so wie das der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, in einigen Hadithen uns überliefert. Barakallahu alaikum.